Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Das ist die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten mit dem Titel Aufbruch im Wandel, damit Hessen auch in Zukunft stark, sicher und lebenswert bleibt. Die vereinbarte Redezeit für die Fraktionen ist 60 Minuten. Lieber Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der vergangenen Wahlperiode hatten wir unseren Koalitionsvertrag überschrieben, mit verlässlich gestalten, Perspektiven eröffnen. Heute können wir mit Recht sagen, das ist gelungen, und die Wählerinnen und Wähler haben die erfolgreiche Arbeit dieser Koalition bestätigt. Darauf bauen wir auf, mit einem neuen Regierungsprogramm unter der Überschrift Aufbruch im Wandel durch Haltung, Orientierung und Zusammenhalt, wollen wir uns den neuen Herausforderungen stellen. Wir wollen in diesen Zeiten des Wandels Orientierung geben und Haltung zeigen. Unsere Agenda ist eine Agenda des Aufbruchs und des Handelns. Dabei laufen wir nicht dem Zeitgeist hinterher, sondern wir wollen die neue Zeit gestalten, verantwortungsbewusst, verlässlich und lösungsorientiert. Es muss darum gehen, die richtigen Weichenstellen und Rahmensetzungen zu treffen, nicht nur für die nächsten fünf Jahre. Der langjährige britische Premierminister, Lord William Cladstone, hat diesen berühmten Satz gesagt, den Sie auch alle kennen. Der Politiker denkt an die nächsten Wahlen, der Staatsmann an die nächste Generation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein guter Ratschlag auch heute, dem wir uns nach meiner Überzeugung alle anschließen sollten. Die Menschen wollen wissen, wie sie morgen leben. Ich möchte Ihnen heute unsere Antworten auf die großen Herausforderungen vorstellen, denen wir uns gegenübersehen. Ich will dies entlang von vier Leitbildern tun. Wir wollen erstens Hessen als Land der Innovationskraft, der Bildung, der Wirtschaftsstärke und Digitalisierung gestalten und die Chancen des Fortschritts für die Menschen verantwortlich nutzen. Wir wollen zweitens ein sicheres, ein handlungsfähiges und weltoffenes Hessen, denn nur ein starker Rechtsstaat, eine funktionierende Demokratie und ein zukunftsfähiges Europa sichern, ein gutes Zusammenleben. Wir möchten drittens Hessen als lebenswerte Heimat für alle Generationen gestalten, in der Stadt und Land Zukunft haben, der Zusammenhalt zählt und die Integration gelingt. Wir wollen viertens ein nachhaltiges Hessen mit dem Schutz von Natur, Umwelt und Klima, um die Schöpfung und unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Meine Damen und Herren, die Voraussetzungen für unsere Zukunft sind mehr als gut. Wir sind ein starkes Bundesland mit einer boomenden Wirtschaft, einem starken Dienstleistungssektor, einer exportkräftigen Industrie und einer ausgeprägten Weltoffenheit. Mit rund 3,5 Millionen Erwerbstätigen haben wir den höchsten Beschäftigungsstand aller Zeiten und, auch nicht ganz unwichtig, in Hessen werden bundesweit die höchsten Gehälter gezahlt. Meine Damen und Herren, wir können auch stolz sein auf unser vielfältiges Bildungs- und Hochschulangebot. Es sichert den Ideenreichtum und die Fachkräfte von morgen. Vielleicht zur Erinnerung, unsere Investitionen in Bildung haben 2018 einen historischen Höchststand von fast 4 Milliarden € erreicht. Kein Bundesland, kein Flächenland in Deutschland gibt mehr aus als heute. Unser Land zeichnet sich durch ein hohes Maß an bürgerschaftlichem Engagement, kultureller Vielfalt und gesellschaftlichem Zusammenhalt aus. Wir haben ein soziales Netz, das Unterstützung in Notlagen bietet und Selbsthilfe stärkt. Wir sind im besten Sinne in guter Verfassung, mit einem starken Rechts- und Sozialstaat, mit einer lebendigen Demokratie, mit lebenswerten und leistungsfähigen Kommunen. Deshalb können wir auf all diese Stärken aufbauen. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Trotzdem ist es paradox. Wir erleben einerseits einen nie gekannten Wohlstand und Wirtschaftsboom in Deutschland. Unser Land ist zu einem Sehnsuchtsort geworden für viele Menschen aus der ganzen Welt. Andererseits zeigen Umfragen eine wachsende Zukunftsangst in lange nicht gekanntem Ausmaß. Nur noch 17 % der Deutschen sehen nach einer jüngsten Ipsos-Umfrage aus diesem Jahr mit großer Zuversicht und Optimismus dem Jahr entgegen. Im Jahr 2014 waren das immerhin noch 45 %. Der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaszowski beschreibt das Gefühl der breiten Mittelschicht mit dem sogenannten Paternosterprinzip. Sie fährt mit dem Paternoster nach oben, ist sich aber sicher, dass es auch wieder abwärts geht, sobald man oben angekommen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ziel ist klar. Wir müssen alles dafür tun, dass sie erstens oben ankommen und zweitens auch oben bleiben. Hinter diesen Verlustängsten stehen natürlich auch berechtigte Fragen. Wie sichern wir unseren Wohlstand in einer Weltwirtschaftsordnung, in der eine Wir-zu-erst-Mentalität immer stärker dominiert? Wie halten wir den Klimawandel auf und erhalten uns zu natürlichen Lebensgrundlagen? Wie gelingt Integration, und wo liegen die Grenzen des Leistbaren? Wie schützen wir uns vor dem internationalen Terrorismus und erhalten unsere freiheitliche Lebensweise? Und, auch nicht unwichtig, was ist richtig, was ist falsch in Zeiten populistischer Lautsprecher oder von Fake News? Diese Fragen spiegeln die Suche nach Orientierung aus, und sie richten sich natürlich insbesondere an diejenigen, die politisch handeln. Dies gilt umso mehr ans Gesicht einer digitalen Revolution, die wir erleben. Wir befinden uns mitten in einem epochalen Wandel, der unser Land und die Welt nicht minder grundlegend verändert wie die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung erfasst nahezu alle Wirtschafts- und Lebensbereiche, setzt die Gesellschaft, die Unternehmen, die Volkswirtschaften und die einzelnen Menschen unter enormen Veränderungsdruck. Sie bieten aber auch große Chancen für den Erfolg unseres Landes. Deshalb ist es eine unserer zentralen Leitbilder, Hessen als Land der Digitalisierung in die Zukunft zu führen und dabei unsere Stärken im Bereich der Innovation, der Bildung und Wirtschaft weiterzuentwickeln. Mit unserer Strategie Digitales Hessen wollen wir Hessen sofort entwickeln und neue Impulse setzen. Ich erinnere daran, durch den Mobilfunkpakt wollen wir endlich die letzten Funklöcher schließen. Ebenso wollen wir auch unversorgte Regionen mit Breitband vollständig abdecken. Hessen finanziert allein mit einem Fördervolumen von 50 Millionen € diese oder jene Mobilfunkmasten, an die kein Netzbetreiber angehen will. Meine Damen und Herren, mit der Gigabit-Strategie gehen wir schon jetzt weiter in die 5G-Technologie, mit einem Glasfasernetz für Hochleistungsgeschwindigkeit, die insbesondere den Schulen, den Krankenhäusern und Gewerbegebieten zugutekommen sollen. Jetzt bündeln wir all diese Maßnahmen auf allen Politikfeldern mit einer neuen Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Es geht hier nicht um ein neues Türschild, sondern um eine bundesweit einzigartige Einrichtung, mit der wir Hessen weiter voran in die digitale Zukunft führen. Sie übernimmt konkrete Aufgabenfelder von drei Ressorts, die gesamte strategische Ausrüstung, Ausrichtung und Koordination unserer Digitalfunk-Offensive und vertritt Hessen auf diesem Feld gegenüber dem Bund und international. Frau Prof. Sinemus ist eine herausragende Besetzung für die Leitung dieser neuen Einrichtung, und es freut mich wirklich sehr, dass das positiv gewürdigt wurde, ja sogar von der Opposition hier im Hause. Wir wollen eine Digitalisierung, die vom Nutzen für die Menschen gedacht und für die Menschen gemacht wird. Das fängt bei der Versorgung mit schnellem Internet und leistungsstarkem Mobilfunk an. Es reicht über die Stärkung unserer Schulen, Hochschulen und Unternehmen für die digitale Welt bis hin zu einer öffentlichen Verwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger auch online erreichbar ist. Wir werden im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive dafür in dieser Legislaturperiode insgesamt eine 1 Milliarde € zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, das ist eine große Anstrengung, aber eine bewusste Entscheidung für die Zukunft unseres Landes. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU sowie bei Abgeordneten der SPD und der SPD Insbesondere auch unsere hessischen kleinen und mittelständischen Unternehmen gilt es, zur Sicherung der Arbeitsplätze und ihrer Innovationskraft zu unterstützen. Deshalb fördern wir die hessische Wirtschaft und stärken ihre Position im europäischen Wettbewerb, insbesondere im Themenfeld Industrie und Handwerk 4.0. Wir behalten dabei auch besonders die Beschäftigten im Auge. Die Digitalisierung stellt sich vor grundlegende Veränderungen ihres Berufslebens. Die Sorgen um die Zukunft des eigenen Arbeitsplatzes werden konkret. Arbeit 4.0 verändert unsere hergebrachten Produktionsweisen, Dienstleistungen und damit auch die Berufsbilder. Wir laden die Wirtschaft und die Gewerkschaften ein, im Dialog zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, wie wir die Chancen dieses Veränderungsprozesses im Interesse der Menschen gestalten. Der Schlüssel wird hierbei insbesondere im lebenslangen Lernen liegen. Deshalb legen wir auch einen besonderen Schwerpunkt auf eine digitale Qualifizierungsoffensive. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Digitalisierung liegen vielfältige Chancen. Sie verunsichert aber auch die Menschen. Wir wollen deshalb eine an den Bedürfnissen der Sicherheit und der Würde der menschenorientierten Digitalisierung für Hessen gestalten. Wir werden deshalb mit den Experten im Rat für Digitalethik diesen beispielhaften Dialog fortsetzen und mit einer neuen Einrichtung, nämlich einem Hessischen Forschungsinstitut für beantwortungsbewusste Digitalisierung, die rechtlichen und ethischen Fragen vertiefen. Da, wo die Daten zur wertvollsten Währung geworden sind, sind auch völlig neue Arten der Bedrohung entstanden, eine Bedrohung, die die Funktionsfähigkeit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft untergraben können. Wir wollen dieser Digitalisierung deshalb die richtigen sicherheitspolitischen Leitplanken geben, um die Risiken zu beherrschen und den Missbrauch abzuwenden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der SPD Hessen hat hierzu bundesweit richtungsweisende Anstöße gegeben. Genannt sei beispielhaft die Einführung des Straftatbestands des digitalen Hausfriedenswurfs. Das kam von Hessen. Wir schaffen zudem mit einem hessischen IT-Sicherheitsgesetz weitere rechtliche Grundlagen für eine effiziente Cybersicherheit. Wir werden das bereits geschaffene IT-Zentrum der Landesregierung Hessen 3C weiterentwickeln und die Präventionsarbeit ausbauen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über Digitalisierung und Innovation reden, reden wir insbesondere auch über künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist die Speerspitze der Digitalisierung, wie es Prof. Wolfgang Walster, der Pionier der KI-Forschung in Deutschland, jüngst in einem Interview formuliert hat. Es kann deshalb nicht oft genug betont werden, dass Investitionen in Wissenschaft und Forschung sind die Grundlage für die Arbeitsplätze und den Wohlstand von morgen, meine Damen und Herren. Wir nehmen auf diesem Feld der künstlichen Intelligenz schon heute eine Spitzenstellung ein. Wir wollen aber noch besser werden. Wir wollen dieses exzellente Potenzial nutzen und einen neuen Tech-Campus aufbauen. Dafür stellen wir zum Start 20 neue zusätzliche KI-Professuren zur Verfügung. Die Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte im KI-Bereich und Impulse zur Gründung von Start-ups sollen dort integrale Bestandteile des Studiums werden. Mit der Stärkung von Forschungsnetzwerken und der Fortschreibung des Forschungsförderprogramms LOEWE werden wir Hessen auch auf anderen Feldern weiter als einen Ort der Spitzenforschung sichern und entwickeln. Unsere vielfältige Hochschullandschaft, ob staatlich oder privat, ist und bleibt ein Motor der Innovation, der Wettbewerbsfähigkeit und der Nachwuchsförderung. Wenn derzeit über 261.000 junge Menschen bei uns studieren, das sind mehr als jemals zuvor, dann zeigt dies eindrucksvoll, wie attraktiv unser Hochschulstandort ist. Im deutlichen Zuwachs der Studierenden tragen wir Rechnung mit dem neuen Hochschulpakt für die Jahre 2021 bis 2025. Wir geben den Hochschulen damit wieder eine gesicherte Perspektive und steigern ihre Grundfinanzierung jährlich um 4 %. Insbesondere bei der Personalausstattung wollen wir durch die Entfristung von Stellen 309 Professoren sowie zusätzlichen Mittel für die Mitarbeiter noch zulegen. Meine Damen und Herren, auch das ist eine gewaltige Anstrengung, aber es ist auch eine bewusste Entscheidung für die Zukunft unseres Landes. Auch die privaten Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie das Helmholtz-Zentrum, die Max-Planck- und Fraunhofer-Institute, die Forschungszentren auf dem Medizinsektor und viele andere dieser Innovationsstädte in Hessen werden wir ebenso weiter unterstützen und fördern. Zudem wollen wir in den kommenden Jahren insgesamt 1,7 Milliarden € in die bauliche Modernisierung sowohl im laufenden Programm Heureka II als auch mit einem neuen Programm Heureka III für die Jahre 2027 bis 2031 investieren. Auch den Neubau, der Ausbau und die Sanierung studentischer Wohnheime werden wir dabei besonders im Blick behalten. Meine Damen und Herren, Bildung, Zukunft, Ausbildung beginnt aber nicht an den Hochschulen. Schon in den Kitas setzen wir auf gute Bildung und Startchancen von Anfang an. Mit dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan haben wir ein wertvolles Maßnahmenpaket mit hohen Qualitätsstandards auf den Weg gebracht. Den wollen wir konsequent weiterverfolgen und Kitas und Grundschulen noch besser verzahnen. Wir behalten dabei beides im Blick, die Qualität der frühkindlichen Bildung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir werden unsere Anstrengungen für eine gute Kinderbetreuung verstärken, unter anderem dadurch, dass wir jeden Euro verdoppeln, den wir für diesen Bereich vom Bund bekommen. Dort wollen wir aus dem Landeshaushalt 1 zu 1 noch einen Euro drauflegen. Wir wollen insbesondere die Plätze im Ganztagsbereich ausbauen und die Qualität durch eine höhere Personalausstattung der Kitas verbessern. Wir wollen auch weitere Schritte in Richtung Beitragsfreiheit geben. Der schrittweise Ausweitung der Beitragsfreiheit im Ü-3-Bereich, also über drei, soll die Ausweitung auch dem Bereich unter drei Jahren folgen. Meine Damen und Herren, das sage ich sehr bewusst und sehr deutlich, das kann nur im Rahmen der Möglichkeiten des Landeshaushalts geschehen. Alles andere zu versprechen wäre Unrechtlich. Unerlässlich für den Schulerfolg, einen guten Berufsweg und Chancen in der Gesellschaft ist das Beherrschen der deutschen Sprache. Nur wer sich mit anderen austauschen und verstehen kann, nur wer neues Wissen aufnehmen kann, prüfen und verwenden kann, wird sich in unserer Informationsgesellschaft zurechtfinden. Deshalb legen wir auf die Sprachkompetenz einen besonderen Fokus. Durch die Erweiterung der Stundentafel Deutsch in der Grundschule und darüber hinaus durch eine Intensivförderung für Kinder aus Migrantenfamilien und durch ein Deutschförderkonzept aus einem Guss für Kitas und Grundschulen. Wir setzen zudem auf eine sinnvolle und konsequente Anwendung des Rechtschreibens von Beginn an. Deshalb schaffen wir das Schreiben nach Gehör ab. Meine Damen und Herren, nicht zuletzt im Hinblick auf einige Debatten der letzten Tage. Die Noten werden in Hessen nicht abgeschafft, damit das klar ist. Wir wollen aber einigen Schulen die Möglichkeit geben, pädagogisch neue Wege bei der Erreichung der Bildungsziele zu gehen. Dies umfasst z. B. Leistungen durch schriftliche Bewertungen statt Ziffernoten zu erfassen. Selbstverständlich erhalten die Schüler beim Wechsel oder beim Abschluss der Schule ein Zeugnis mit Benotung. Von den 1.800 hessischen Schulen können sich bis zu 30 pro Jahr für diesen Weg entscheiden. Das ist übrigens ein Weg, der nach dem hessischen Schulgesetz schon heute möglich ist. Es soll ein pädagogisches Angebot sein, das die Zustimmung der ganzen Schulgemeinde einschließlich der Eltern voraussetzt und konstruktiv durch die Schulaufsicht begleitet wird. Es ist ausdrücklich kein Verzicht auf das Erreichen der Bildungsziele und auch kein Verzicht auf das Leistungsprinzip. Es ist deshalb auch keine Richtungsänderung in der hessischen Schulpolitik. Weiter vorangehen wollen wir auch mit dem Ganztagsschulprogramm in Hessen. Beim neuen Pakt für den Ganztag setzen wir auf zwei gleichberechtigte Angebote, die teilgebundenen und die gebundenen Ganztagsschulen mit rhythmisiertem Unterricht. Wir wollen die lähmende Diskussion entweder das eine oder das andere in der Bildungspolitik überwinden. Wir wollen den Ausbau der Ganztagsschulen voranbringen und die Wahlfreiheit auf dem Bildungsweg stärken. Meine Damen und Herren, Ganztagsschulen sind ein Angebot an die Eltern, aber niemals Zwang. Das Elternrecht steht für uns außer Frage. Wir setzen auf mehr Qualität durch Bildungsvielfalt, ob es um Angebote für Kinder mit den unterschiedlichsten Förderbedarfen geht, um besondere Profilschulen oder die hochbegabten Förderungen wie z.B. die Internatsschule in Schloss Hansenberg. Zu dieser Vielfalt gehören für uns auch die Privatschulen mit ihren besonderen Angebotsprofilen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist uns doch allen bewusst, die Arbeit in den Schulen ist heute herausfordernder und der Berufsalltag ist schwerer geworden. Die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen verdienen deshalb für ihre Arbeit mit unserer Anerkennung, Dank und unserer Unterstützung. Deshalb wollen wir weiterhin alle Schulformen optimal mit Lehrerinnen und Lehrern versorgen, und wir werden sie durch 500 neue Verwaltungskräfte und mehr Sozialpädagogen entlasten. Übrigens, meine Damen und Herren, mit diesen 500 zusätzlichen Verwaltungskräften sorgen wir nicht nur für die Entlastung der Lehrkräfte und Schulleitungen. Wir übernehmen erstmals in Hessen Aufgaben der äußeren Schulverwaltung und entlasten damit auch die kommunalen Schulträger. Das ist ein ganz bewusstes und wichtiges Zeichen, meine Damen und Herren. Zu den Herausforderungen in der Schule zählt auch kulturell und religiös vielfältiger gewordene Gesellschaft, die sich im Schulalltag widerspiegelt. Wir bekennen uns ausdrücklich zur Achtung der Glaubens- und Gewissensfreiheit und zum bekenntnisorientierten Religionsunterricht an den Schulen. Wir wollen weiterhin auch ein religiöses Bildungsangebot für Schüler muslimischen Glaubens anbieten. Mit Blick auf die Zusammenarbeit mit der DITIB sind wir in dieser Frage derzeit allerdings in einem komplexen Prüfungsprozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Für uns ist aber eines klar. Es muss gewährleistet sein, dass Strukturen und Angebote den rechtlichen Anforderungen entsprechen. Wenn der Kooperationspartner die seinerzeit festgelegten Voraussetzungen einer staatlichen Beteiligung nicht erfüllt, werden wir dies nicht akzeptieren und Alternativangebote für Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens anbieten. Mit einem hessischen Digitalpakt Schule werden wir die digitale Infrastruktur unserer Bildungseinrichtungen weiter fit für die neue Zeit machen. Dabei legen wir ein besonderes Augenmerk auf unsere beruflichen Schulen. Gerade die duale Berufsausbildung erfordert angesichts des raschen technologischen Wandels der Arbeitswelt eine moderne Ausstattung und guten praxisorientierten Unterricht. Insbesondere das Handwerk und der Mittelstand brauchen engagierte, leistungsfähige Auszubildende und Fachkräfte. Wir alle brauchen einen starken Mittelstand mit einer hohen Qualität von Dienstleistungen und Produkten. Wir bekennen uns ausdrücklich auch zum Meisterbrief als Zeichen von besonderer Qualifikation, nachhaltigem Unternehmertum und guter Ausbildung. Meine Damen und Herren, eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik, verstärkte Qualifizierung, die Stärkung der dualen Ausbildung und der beruflichen Ausbildung müssen dabei Hand in Hand greifen. Unser Leitbild ist ein sozialer Arbeitsmarkt, bei dem Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanziert wird. Wir werden deshalb unsere hessische Fachkräfteoffensive fortsetzen und insbesondere durch eine intensive Qualifizierung sowohl die Chancen von Langzeitarbeitslosen wie von Migranten auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Meine Damen und Herren, bei unserer Arbeit folgen wir Grundüberzeugung. Deshalb bekennt sich die Landesregierung und die tragenden Koalitionen aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ausdrücklich zur sozialen Marktwirtschaft als tragendes Prinzip und Ordnungsmodell für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie verbindet verantwortliche wirtschaftliche Freiheit mit sozialer Verpflichtung. Sie war und ist ein Erfolgsmodell, das für uns auch für die Zukunft gelten kann. Das zeigt sich in besonderer Weise beim Mittelstand in Hessen. Er stellt über 99 % der hessischen Unternehmen, ist Arbeitgeber für bis zu 1,6 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und bildet jedes Jahr rund 80.000 junge Menschen aus. Den Mittelstand und die Gründerkultur in Hessen zu stärken, ist und bleibt deshalb Kernanliegen dieser Landesregierung. Wir setzen uns für den weiteren Abbau von Bürokratie und einfacheren Verfahren ein. Wir wollen durch die Gründung eines neuen Wachstumsfonds mit einem Volumen von 200 Millionen € jungen, innovativen Unternehmen, die Zukunft zu Wagniskapital erleichtern und ihnen Wind unter die Flügel geben. Mit diesem neuen Wachstumsfonds wird die Attraktivität des Standorts Hessen auch und gerade für Hightech-Unternehmen nachhaltig gestärkt. Gerade mit dem Finanzplatz Frankfurt verfügt Hessen bereits heute über ein globales, modernes und technologisch starkes Cluster für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Wir wollen diese Kompetenz weiter ausbauen und am Standort stärken, z. B. durch die Förderung von Zukunftsthemen wie FinTech oder Green Finance. Wir freuen uns sehr über die Empfehlung des Wissenschaftsrates, der nämlich empfohlen hat, das Finanzmärkte-Forschungszentrum SAFE im House of Finance in der Frankfurter Goethe-Universität in die Leibniz-Gemeinschaft aufzunehmen. Das, meine Damen und Herren, ist nicht nur im Bereich der Wissenschaft eine ausgesprochene Auszeichnung und unterstreicht unsere Anstrengungen auf diesem Gebiet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir darüber reden, Hessen stärken zu nutzen, dann umfasst dies für uns ein klares Bekenntnis zur Wettbewerbsfähigkeit des Frankfurter Flughafens. Für unseren Wirtschaftsstandort ist seine Bedeutung nicht hoch genug zu schätzen. Er ist ein zentraler Standortfaktor und hat einen enormen Beschäftigungseffekt weit über das Rhein-Main-Gebiet hinaus. Deshalb will diese Koalition, dass sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig und stark bleibt. Gleichzeitig werden wir die Belastungen für Menschen und Umwelt so rasch und wirksam wie möglich verringern. Ich zitiere gerne den Vorsitzenden der Fluglärmkommission, der dem Wirtschaftsminister beim Lärmschutz örtlich Zitat attestiert hat, die vorhandenen Stellschrauben in die richtige Richtung gedreht zu haben. Meine Damen und Herren, das ist ein, jedenfalls nicht von CDU und GRÜNEN, sondern von demjenigen, der sich am intensivsten um diesen Bereich kümmert, sehr erfreulicher Beleg für den Einsatz in dieser Region. Um den Luftverkehr und den Nachhaltigkeitsgesichtspunkt weiterzuentwickeln, wollen wir außerdem ein Kompetenzzentrum Klima- und Lärmschutz im Flugverkehr schaffen. Auch das gehört zu unseren Stärken. Mit dem Airport Kassel haben wir auch eine wichtige Strukturentscheidung für Nordhessen getroffen, an der wir ausdrücklich festhalten. Ein sicheres, handlungsfähiges und weltoffenes Hessen ist für uns das zweite zentrale Leitbild für die Zukunft. Ich will dies am Beispiel der Sicherheit deutlich unterstreichen. Für eine offene, liberale Gesellschaft ist es unverzichtbar und oberste Pflicht des Staates, die Freiheit und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Beides bedingt einander. Dies kann nur durch einen handlungsfähigen, starken Rechtsstaat, moderne Strukturen und ausreichende Ressourcen unserer Sicherheitsbehörden gelingen. Die objektive Sicherheitslage für die Menschen in Hessen war nie besser als heute. Wir verzeichnen die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 40 Jahren, und die Aufklärungsquote von 64,2 % ist der mit Abstand höchste jemals gemessene Wert. Nie gab es mehr Polizeivollzugsbeamte in Hessen, und dank unserer Sicherheitspakete haben wir bereits die Weichen für den größten Personalaufwuchs gestellt, den wir je hatten. Bis zum Jahr 2022 werden 1.500 zusätzliche Anwärter ausgebildet sein, und wir stärken die Sicherheit in unserem Land weiter. 750 zusätzliche Vollzugsstellen, besonders für den Schutzmann und die Schutzfrau vor Ort. Mehr Verwaltungsfachkräfte und mehr Wachpolizei schaffen spürbar mehr Präsenz für unsere Sicherheitskräfte. Damit kommen wir einem ausdrücklichen Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach mehr Schutz im öffentlichen Raum ausdrücklich nachweisen. Mit der Fortsetzung der Ausstattungsoffensive und neuen rechtlichen Möglichkeiten, wie z. B. dem sogenannten IP-Tracking oder dem Ausbau der Videoüberwachung an besonderen Gefahrenorten, gewährleisten wir die Sicherheit in Hessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Einsatz unserer Polizeibeamten und unserer Polizeibeamtinnen ist eine der schwierigsten, anspruchsvollsten und gefährlichsten Aufgaben überhaupt. Sie verdienen unseren hohen Respekt und unsere Dankbarkeit und unseren besonderen Schutz. Die Polizistinnen und Polizisten stehen ein für unsere Sicherheit und sind Garant für einen funktionierenden Rechtsstaat. Deshalb sage ich an dieser Stelle sehr klar und sehr deutlich. Vorfälle, wie wir sie leider derzeit in Frankfurt und anderswo erleben müssen, nehmen wir sehr ernst. Sie schaden dem Ansehen der Polizei und untergraben das Vertrauen in den Rechtsstaat. Das gilt immer, und das gilt besonders auch bei rechtsextremen Fehlverhalten. Meine Damen und Herren, wir werden dies mit aller Entschiedenheit aufklären und ahnden und auch intensive Vorsorgemaßnahmen gegen Wiederholungen treffen. Dort kann es kein falsches Verständnis geben. Aber eines, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte auch klar sein. Unsere 16.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verdienen es nicht, unter einen Generalverdacht gestellt zu werden. Das sollte in diesem Hause auch klar sein. Angesichts zunehmender Gefährdungen durch Extremismus und Terrorismus braucht ein wehrhafter Rechtsstaat eine stabile Sicherheitsarchitektur aus Polizei, Justiz und Verfassungsschutz. Das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz ist ein wichtiger Bestandteil dieser Struktur. Seine Organisation, Rechtsgrundlagen und die personelle Ausstattung haben wir bereits nachhaltig verbessert. Wir werden auch die auf Grundlage der Handlungsempfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses eingeleitete Reform des Verfassungsschutzes weiterführen. Auch die guten und vielfältigen Maßnahmen der Extremismusprävention und der Demokratieförderung in Hessen wollen wir weiter stärken, unter anderem mit der Einrichtung eines Netzwerks Prävention. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat aber auch beim Brand- und Katastrophenschutz höchste Priorität. In diesem Sinne werden wir unsere 1.700 hauptamtlichen Feuerwehrleute und die über 73.000 ehrenamtlichen Kräfte im Brand- und Katastrophenschutz auch in Zukunft umfassend unterstützen und ausstatten. Insbesondere der wertvolle Einsatz der vielen Freiwilligen ist unbezahlbar. Wir können ihn aber nur mit einem Dreiklang aus Förderung, Ausbildung und Nachwuchsgewinnung erhalten. Deshalb heben wir die Garantiesumme für den Brandschutz in Hessen bis zum Ende dieser Legislaturperiode noch einmal deutlich auf mindestens 45 Millionen € an. Meine Damen und Herren, diese Unterstützung ist unverzichtbar, gerade für einen flächendeckenden Schutz und eine Gefahrenabwehr durch Feuerwehr- und Hilfsorganisationen. Die, die dies tun, tun es nahezu zu 95 % freiwillig. Dafür können wir alle nur dankbar sein. Zu einer funktionierenden Sicherheitsarchitektur und zum Schutz unserer Werteordnung gehört ein starker Rechtsstaat, eine leistungsfähige Justiz und einschließlich des Justizvollzugs. Wir werden das in der letzten Legislaturperiode begonnene Justizaufbauprogramm fortführen. Personalverstärkungen bei der Polizei werden wir korrespondierend auch auf die Justiz übertragen. Den zwischen Bund und Ländern vereinbarten Pakt für den Rechtsstaat werden wir erfüllen. Auch der Opferschutz und die Präventionsarbeit bleiben ein zentrales Anliegen unserer Justizpolitik. Meine Damen und Herren, ich hatte darauf hingewiesen, die Digitalisierung birgt neben Chancen natürlich auch Risiken. Dem Bereich der Internetkriminalität treten wir nicht nur mit mehr Personal entgegen. Hier arbeiten wir mit anderen Ländern und dem Bund weiter an einer digitalen Agenda für das Straf- und für das Zivilrecht. Einen besonderen Schwerpunkt werden wir dabei auf die Bekämpfung der Hate-Speeches legen. Diese unsäglichen Verunglimpfungen in den sozialen Medien, denen wollen wir entschieden entgegentreten. Meine Damen und Herren, in Hessen darf es keinen Platz im hessischen Rechtsstaat geben, egal ob analog oder digital, diese Hetze stattfindet. Ich sage dies ganz besonders vor dem Hintergrund der Hasskommentare, der Lügen und der populistischen Verdrehungen, die sich im Internet immer wieder in der Flüchtlingsfrage zeigen. Wir wollen es nicht zulassen, dass die schwierigen und verantwortungsbewusst abzuwägenden Fragen der Asyl- und Migrationspolitik in einem Sumpf an Halbwahrheiten, pauschalisierten Angriffen und Verunglimpfungen untergehen. In der Flüchtlingspolitik gilt es, den eigenen Werten und dem Schutz für Notsuchende ebenso gerecht zu werden wie dem Anspruch auf Sicherheit und Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft. Deshalb stehen unsere Antworten auf diese Herausforderung auch weiterhin unter dem Grundsatz Humanität und Ordnung. Wir bieten Schutz, eröffnen Bildungschancen und vermitteln unsere Werte. Umgekehrt, die Einhaltung unserer Verfassungsordnung und unsere Gesetze sind unabdingbare Voraussetzungen für das Miteinander und eine gelungene Integration. Daher setzen wir unsere erfolgreichen Integrationskurse und die Rechtsstaatsklassen fort und werden diese weiterentwickeln. Außerdem wollen wir allen schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes spätestens ab dem dritten Monat ihres Aufenthalts den Schulbesuchern ermöglichen. Gerade mit der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen haben wir die Aufnahme von Flüchtlingen und die Bearbeitung ihrer Verfahren bundesweit vorbildlich organisiert. Darauf aufbald wollen wir auch neue Wege gehen. Unser Ziel ist es, denjenigen, die sich rasch integrieren wollen, durch eine zügige Zuweisung in die Kommunen die Möglichkeit zu geben, diese Integration fortzusetzen. Umgekehrt gilt aber auch, dass diejenigen, die durch ihr individuelles Verhalten, z.B. durch Nicht-Einhalten von Gesetzen, Begehung von Straftaten oder Ähnlichem auffallen, nicht in die Kommunen verteilt werden und in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben müssen. Für solche Asylbewerber streben wir die Rückverlegung in die Erstaufnahmeeinrichtungen an, auch wenn sie bereits in die Kommunen verteilt wurden. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Es gilt auch weiterhin, wer hier kein Aufenthaltsrecht hat, der muss unser Land wieder verlassen. Wir setzen dabei bewusst zuerst auf die freiwillige Ausreise, machen den Menschen konkrete und individuelle Angebote. Eine Abschiebung steht immer am Ende eines Verfahrens. Aber es darf auch kein Missverständnis verbleiben. Wir sind bereit und in der Lage, durch Umsetzung des geltenden Rechts auch zu diesem Mittel zu greifen. Das gilt insbesondere für Straftäter und Gefährder, meine Damen und Herren. An dieser Stelle will ich auch einen Punkt nicht aussparen. Ja, wir haben in der Koalition eine unterschiedliche Einschätzung bei der Einstufung bestimmter Staaten als sichere Herkunftsländer. Aus meiner Sicht leidet die Diskussion aber unter einer Verengung der Begrifflichkeit. Sie wird unter dem Symbol des sicheren Herkunftsstaaten geführt. In Wirklichkeit geht es aber doch darum, ob und wie es gelingt, bei Asylbewerbern aus Staaten mit sehr geringer Anerkennungsquote zu einem beschleunigten Asylverfahren zu kommen. Davon unberührt bleiben die Verfahren, die den besonderen Schutz der sogenannten vulnerablen Gruppen betreffen. Wenn wir an diesem Punkt die Symbolhaftigkeit der Debatte überwinden und zu pragmatischen Lösungen kommen würden, wäre dies ein Gewinn. Ich setze hierzu weiter auf einen konstruktiven Dialog, insbesondere in der Bundespolitik. Sollte dies nicht gelingen, wird Hessen sich im Bundesrat enthalten. Meine Damen und Herren, bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen leisten gerade die Städte und Gemeinden Herausragendes. Bei der Bewältigung dieser und anderer Zukunftsaufgaben stehen wir weiterhin als Partner an der Seite der Städte und Gemeinden. Die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der Kommunen ist dabei eng verbunden mit ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Wir werden uns auch künftig für ausgeglichene Haushalte, den Schuldenabbau und die Stärkung der Investitionskraft der Städte und Gemeinden einlassen. Dazu gehört natürlich auch, dass für die vom Land zusätzlich auf die Kommunen übertragenen Aufgaben die nötigen Mittel durch das Land bereitgestellt werden. Gerade beim Erhalt der Sanierung und dem Neubau kommunaler Infrastruktur liegen große Herausforderungen für die Zukunft, und wir unterstützen Städte und Gemeinden dabei nachhaltig. Ich darf daran erinnern. Durch die Hessenkasse und unsere erfolgreichen kommunalen Investitionsprogramme KIP und KIP macht Schule können die Kommunen über 2,2 Milliarden € investieren. Das ist die größte Summe, die es dafür jemals in Hessen gab. Wir wollen diese Unterstützung durch ein KIP III noch verstärken. Der Schwerpunkt dieses Programms wird auf der Entwicklung der digitalen Infrastruktur und der Modernisierung von Schulbauten liegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur die Handlungsfähigkeit der Kommunen gilt es für die Zukunft zu sichern. Wir halten auch auf Landesebene an unserem soliden Kurs der Finanzpolitik ohne neue Schulden fest. Nur ein Staat, der die Nachhaltigkeit seiner Haushaltspolitik im Blick behält, sichert die Handlungsspielräume von morgen. Wir halten auf diesem Wege bewusst fest, und unsere mittelfristige Finanzplanung bis 2022 sieht eine dauerhafte Schuldentilgung von jeweils 200 Millionen € im Jahr ab 2020 vor. Wir stärken auch die Rücklagen, damit wir zukünftig besser die Versorgungslasten tragen können. Mit dieser dauerhaften Trendumkehr für den Schuldenstand des Landes erhalten wir unsere Handlungsfähigkeit und sichern insbesondere eine gute Personal- und Sachausstattung in der Landesverwaltung. Ja, es ist richtig. Ohne engagiertes und qualifiziertes Personal ist kein Staat zu machen. Deshalb bedanken wir uns auch bei unseren Landesbediensteten für ihre engagierte Arbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hessen ist das europäischste unter den 16 deutschen Ländern. Dafür sorgen der Frankfurter Flughafen, die Europäische Zentralbank, die Weltraumagentur ESA und viele andere Einrichtungen. Mit einem Exportanteil von über 53 % weit über dem Bundestag, und davon der größte Teil in Ländern der EU, sichern wir unseren Wohlstand in Hessen. Diese Einbindung in Europa ist unsere Stärke, die wir bewahren müssen. Die aktuelle Entwicklung in Großbritannien führt uns in grellem Licht vor Augen, was eine Abkehr von der europäischen Gemeinschaft bedeutet. Der Brexit, ob mit oder ohne Deal, schadet nicht nur Großbritannien, er wird auch erhebliche Auswirkungen auf uns haben. Wir haben gestern im Rahmen der Debatte um das Brexit-Gesetz bereits dazu gesprochen. Ich möchte sehr deutlich machen, Europa ist und bleibt das Friedens- und Wohlstandsprojekt schlechthin. Einige Redner haben dies gestern hervorgerufen. Meine Damen und Herren, unsere Bürgerinnen und Bürger in Hessen wissen das. Nicht zuletzt die Tatsache, dass weit über 80 % von Ihnen im Herbst für ein klares Bekenntnis für Europa in unserer Verfassung gestimmt haben, belegt dies. Wir wollen aber, dass die Menschen auch in Zukunft auf Europa vertrauen und die Gegner Europas keine Chancen haben. Denn es ist ja nicht ganz fernliegend. Es könnte passieren, dass dieser Europawahl diejenigen, die der Integration abwehrend oder sogar ablehnend gegenüberstehen, am Schluss stärker im Europäischen Parlament vertreten sind als die Befürworter eines gemeinsamen Europas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb bitte ich Sie herzlich, lassen Sie uns gemeinsam mit allem Nachdruck für eine hohe Wahlbeteiligung bei dieser Europawahl und für ein gemeinsames Europa werben. Das nützt Hessen, und das ist eine Aufgabe. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine starke Gemeinschaft der Länder in Europa auf der einen Seite und eine kulturell vielfältige, lebenswerte Heimat in den Regionen, das ist kein Widerspruch. Das ist eine fundamentale Symbiose, die wir mit Leben weiter erfüllen wollen. Das knüpft an unser drittes Leitbild, eine lebenswerte Heimat Hessen für alle Generationen, in der Stadt und Land Zukunft haben und der Zusammenhalt zählt. Dies zu gestalten, ist eine unserer zentralen Aufgaben. Angesichts der großen Veränderungsprozesse und einem Gefühl der Verunsicherung ist der Wunsch nach einem vertrauten Rückzugsort, nach Heimat und Wurzeln bei vielen Menschen wieder gewachsen. Mit der offensive Landtag Zukunft hatten wir bereits in der abgelaufenen Legislaturperiode einen erfolgreichen Prozess eingeleitet und 1,8 Milliarden € Landesmittel für die Entwicklung des ländlichen Raums bereitgestellt. Darauf wollen wir aufbauen und vorangehen mit einem Aktionsprogramm ländlicher Raum. Mit diesem Programm wollen wir in allen Lebensbereichen den Menschen eine verlässliche Grundversorgung sicherstellen, z.B. durch die Förderung medizinischer Versorgungszentren, durch den Ausbau öffentlicher Verkehrsträger, durch eine flächendeckende Anbindung an leistungsfähige Mobilfunknetze oder durch die Einrichtung von WLAN-Hotspots, um nur einige Beispiele zu nennen. Meine Damen und Herren, wir haben uns auch vorgenommen, 3.000 Arbeitsplätze der öffentlichen Verwaltung auf das Land zu verlagern. Wir wollen weitere Hessenbüros, sogenannte Coworking Spaces, als moderne Form vernetzten Arbeitens einrichten. Wenn wir es schaffen, Wohnen und Arbeiten stärker zusammenzuführen, dann hat dies vielfältige Nutzen. Die Beschäftigten verbringen weniger Zeit im Verkehr, und sie gewinnen mehr Zeit für Familie, Freunde und Freizeit. Die Pendlerströme werden reduziert und Straßen und Umwelt entlastet. Wir stärken gerade die ländlichen Regionen, denn die Menschen bleiben in ihrer Heimat und sorgen so mit für den Erhalt regionaler Wertschöpfung. Hessen ist ein Vorreiter mit diesen Initiativen, und wir wollen diesen Weg konsequent fortsetzen. Es ist eine der besten Botschaften für Menschen, die jeden Tag zur Arbeit zweieinhalb oder noch längere Stunden brauchen. Diesen Trend wollen wir umkehren, meine Damen und Herren. Wir können stolz sein auf die Vielfalt, Leistungsfähigkeit und Innovationsstärke unserer Region. Das gilt beides, sowohl städtisch geprägt oder ländlich geprägt. Die Metropolregion Frankfurt am Main zählt zu den wirtschaftsstärksten Regionen Europas mit einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur und dem Flughafen als Drehkreuz in die ganze Welt. Die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit dieser Region wollen wir weiterentwickeln, mit besonderem Blick auf Herausforderungen wie etwa die Mobilität, die Stadt- und Regionalentwicklung, die Flächenaktivierung oder die Energieerzeugung. Dafür streben wir einen gemeinsamen identitätsstiftenden Innovationsprozess an, indem wir die Ausrichtung einer Specialized Expo vorantreiben. Diese internationale Spezialausstellung möchten wir unter dem Motto Smart Region, Smart People initiieren und auf diese Weise eine Vielzahl exzellenter Initiativen zum Wohle der Region zusammenführen. Ich bin überzeugt, eine solche Einrichtung wird dieser Metropolregion nicht nur ein neues Gefühl der Zusammengehörigkeit bringen, sondern auch einen gewaltigen Schub in ihrer Entwicklung. Deshalb werden wir auf diesen Bereich besonders wertlegen, meine Damen und Herren. Die Dynamik unserer großen Städte ist sehr erfreulich. Sie stellt uns aber auch vor Herausforderungen. Gerade die Entwicklung am Wohnungsmarkt, besonders in den Ballungsräumen, fordern das Land, die Kommunen und die Wohnungswirtschaft enorm. Es ist und bleibt unser Ziel, dass alle in Hessen eine angemessene Wohnung zu einem bezahlbaren Preis finden würden. Die Mietpreisbremse ist dabei ein Instrument zur Dämpfung der Preisentwicklung. Die wichtigste Lösung und Antwort auf eine erhöhte Nachfrage und steigende Mieten ist und bleibt aber die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Bedarfe bis hin zum Eigentum. Dabei müssen viele Räder richtig ineinandergreifen, ob mehr Bauladen, schnelleres Baurecht, die richtigen Investitionsanreize oder auch ausreichende Fachkräfte. Das Wirtschaftsministerium ist deshalb jetzt auch das Wohnungsbauministerium. Alle wohnungspolitischen Kompetenzen und Zuständigkeiten werden dort gebündelt. Ein neuer zusätzlicher Staatssekretär wird sich besonders um diesen Bereich kümmern. Wir setzen auf das umfassendste Maßnahmenpaket, das es in Hessen je gegeben hat. So werden wir z.B. den erfolgreichen hessischen Masterplan Wohnen deutlich ausbauen und um weitere Förderinstrumente und zusätzliche Mittel erweitern. Wir werden dafür sorgen, dass auch weiterhin jeder Förderantrag im sozialen Wohnungsbau genehmigt wird. Meine Damen und Herren, es ist nicht nur ein Wollen, sondern es ist ein Handeln. Beginnend mit dem Jahr 2019 werden wir bis 2024 die Fördersumme von insgesamt 2,2 Millionen € für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Das entspricht etwa 22.000 Wohnungen für rund 66.000 Menschen. Wir werden außerdem weitere Anreize setzen, damit der Bestand der öffentlichen, kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaften weiter wächst. Wir setzen die Allianz für Wohnen fort, um gemeinsam mit allen Akteuren am Wohnungsmarkt weitere Anreize und Instrumente zu entwickeln. Eine der entscheidendsten Voraussetzungen für die Verschaffung von Wohnraum ist die Ausweisung der erforderlichen Flächen. Deswegen setzen wir nicht nur unsere erfolgreiche Baulandoffensive fort. Wir wollen auch Städten und Gemeinden über den Kommunalen Finanzausgleich finanzielle Anreize bieten, die Ausweisung von Wohnbauflächen voranzutreiben. Nicht zu vergessen ist auch das private Wohnungseigentum. Denn das eigene Zuhause stiftet für viele weiterhin nicht nur Erfüllung, sondern bedeutet auch Sicherheit, insbesondere im Alter. Daher wollen wir ein Maßnahmenpaket auf den Weg bringen, das vor allem junge Familien und Menschen mit niedrigem und mittleren Einkommen im Wunsch nach Wohneigentum unterstützt. Neben dem Ausbau der Kinderbetreuung und guter Bildung ist dies auch ein Beispiel für das Grundanliegen der Landesregierung, nämlich die Stärkung der Familien. Die Familie gibt uns Wurzeln. Sie ist der intensivste Ort des Soziallebens und der gegenseitigen Verantwortung. Deshalb setzen wir uns mit Nachdruck und in allen Feldern der Landespolitik für die Stärkung der Familien ein, z.B. durch den Ausbau familienpolitischer Angebote wie dem Hessischen Familienzentrum. Familien stehen in Zeiten des demografischen Wandels aber auch oft vor einer doppelten Herausforderung. Es ist eben nicht nur die Sorge und Betreuung der Kinder. Dazu kommen oft noch die pflegebedürftig gewordenen Eltern oder andere Angehörige, die einer besonderen Betreuung und Sorge bedürfen. Mit Blick auf die Altersentwicklung unserer Bevölkerung haben wir hier eine der großen Zukunftsaufgaben. Deshalb werden wir Pflegende bei dieser wertvollen, aber auch fordernden Aufgabe nachhaltig unterstützen, z.B. durch weitere Entlastungsangebote bei häuslicher Pflege, wohnortnahe Hilfe durch Sozialstationen, Pflegestützpunkte oder auch Gemeinschaften. Wir werden zudem ein neues hessisches Pflegequalifizierungszentrum einrichten, damit z.B. ausländische Pflegekräfte schnellstmöglich zu Fachkräften entwickelt werden können. Ein besonderes Anliegen dieser Landesregierung ist die gesundheitliche und pflegerische Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger, egal welchen Alters. Dabei legen wir ein besonderes Augenmerk auf den Beginn und das Ende des Lebens mit einem Zukunftsprogramm zur Hebammenversorgung einerseits und der Stärkung der bereits gut entwickelten Palliativversorgung andererseits. Meine Damen und Herren, die Sicherstellung einer flächendeckenden gesundheitlichen Versorgung, besonders im ländlichen Raum, ist ein wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge und daher von hoher Priorität. Dazu werden wir unter anderem weitere regionale Gesundheitszentren fördern, Gemeinschaftspraxen und medizinische Versorgungszentren stärken und den Einsatz von Gemeindeschwestern und telemedizinischen Anwendungen unterstützen. Mit der Einführung einer Landarztquote im Hochschulzugang und der Auslobung von besonderen Stipendien wollen wir noch mehr Medizinerinnen und Mediziner für den ländlichen Raum gewinnen. Wir strengen uns weiter an. Wir wollen auch die Studienplätze der Humanmedizin weiter erhöhen. Auch unsere Krankenhauslandschaft soll weiterhin gut aufgestellt bleiben. Dafür werden wir in den Jahren 2020 bis 2024 unsere geplanten Investitionen noch einmal um jährlich 35 Millionen € erhöhen. Mit dem Hessischen Gesundheitspakt 3.0 haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um unsere gesundheitspolitischen Ziele zu erreichen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich gehören zu einer lebenswerten Heimat nicht nur die Vorsorge für Krankheit und Pflegebedarf. Es geht auch um die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen, egal welchen Alters oder Geschlecht sie haben, wo sie herkommen, ob mit oder ohne Behinderung. Die Würde des Menschen ist für die Politik der unteilbare Auftrag unseres Grundgesetzes und eine besondere Verpflichtung. Wir folgen dem Leitbild eines aktivierenden Sozialstaats, der Unterstützung gibt, wo sie notwendig ist, und gleichzeitig zur Selbsthilfe, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung ermutigt. Mit dem Sozialbudget 2025 knüpft wir das soziale Netz noch enger und unterstützen verlässlich die vielen Initiativen, Vereine und Verbände, die sich für die Teilhabe aller einsetzen. Wir werden die Mittel hierfür um 15 Millionen € aufstocken. Gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden wollen wir das Konzept für einen Hessenpass entwickeln, der Menschen mit kleinem oder mit keinem oder geringem Einkommen den ermäßigten oder kostenlosen Eintritt zu öffentlichen Kultur- und Freizeitangeboten ermöglicht. Auch Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt in unserer Mitte leben können. Dazu wollen wir weiter daran arbeiten, Barrieren im Alltag und im Arbeitsleben abzubauen. Wir werden das hessische Perspektivprogramm weiterführen und die Spitzenstellung Hessens bei der Beschäftigung von behinderten Menschen im öffentlichen Dienst beibehalten. Meine Damen und Herren, mit der Initiative Hessen lebt Respekt haben wir deutliche Zeichen für eine Gesellschaft gesetzt, in der das Miteinander zählt und Vielfalt auch als Bereicherung gesehen wird. Diese Respektkampagne werden wir fortführen. Sie ist Ausdruck unserer Überzeugung, dass in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft jeder Mensch Achtung und Respekt verdient. Wir setzen daher auch die hessische Antidiskriminierungsstrategie aktiv fort. Wir sagen ganz deutlich, Hass, Diskriminierung, Rassismus oder Antisemitismus dürfen in Hessen keinen Platz haben. Das bleibt so. Bei der Integration haben wir mit den beiden Aktionsplänen zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts wegweisende Impulse gesetzt, die wir fortführen werden. Deshalb werden wir unter anderem den hessischen Integrationsplan und das Landesprogramm WIR gemeinsam mit den Kommunen und relevanten Organisationen weiterentwickeln. Wenn wir über eine lebenswerte Heimat für alle Generationen sprechen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gelingende Integration als Leitbild beschreiben, dann darf das ehrenamtliche Engagement nicht fehlen. Es ist eine der zentralen Säulen des gesellschaftlichen Miteinanders und zu Recht als Staatsziel in unserer Landesverfassung verankert worden. Meine Damen und Herren, das Ehrenamt macht aus einer Gesellschaft eine Gemeinschaft. Die Anerkennung und Förderung des Ehrenamts bedeutet nicht den Rückzug des Staates von seinen Aufgaben, sondern das Nutzen der vielfältigen Chancen, die das Ehrenamt für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft bieten. Politik kann dieses freiwillige Engagement nicht verordnen. Aber wir können und wir müssen nach meiner Überzeugung die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass dieses Staatsziel auch mit Leben gefüllt wird. Wir tun dies bereits seit Jahren mit Nachdruck, aber wir wollen noch mehr tun. Wir möchten unsere Wertschätzung beispielsweise dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir ein neues Ehrenamtsticket im ÖPNV einführen wollen. Gleiches gilt für den Sport, dessen hohe Bedeutung ebenfalls zu Recht als Staatsziel der Verfassung herausgehoben wurde. Sport unterscheidet nicht nach Arm und Reich, Herkunft oder Alter. Er führt Menschen unterschiedlos zusammen. Deshalb wollen wir den Sport mit seiner verbindenden Funktion unterstützen und insbesondere auch das ehrenamtliche Engagement besonders fördern. Das Land versteht sich dabei als Partner des Landessportbunds, der Vereine und ihre engagierten Mitglieder. Wir setzen die Förderung des Breiten, des Behinderten- und Leistungssports auf gesichertem hohem Niveau fort. Ein weiterer unverzichtbarer Bereich der Lebensqualität der Heimat Hessen sind auch Kunst und Kultur. Beides ist wichtig, und nicht das Sahnehäubchen, wenn uns sonst nichts mehr einfällt. Gerade die Kultur spiegelt für die Gesellschaft das, was das Gedächtnis für den Einzelnen umfasst. Sie bietet Orientierung, schafft Gemeinschaft und ermöglicht, Wurzeln zu bewahren und Neues mutig aufzunehmen. Der Land ist reich an Kulturschätzen und kultureller Vielfalt. Die wollen wir in allen Facetten erhalten und weiterentwickeln. Mit dem Kulturatlas haben wir eine wichtige Grundlage zur Erstellung eines Masterbrands Kultur in Hessen. Zum Erhalt der historischen Liegenschaften, die natürlich ein Kernstück dieser Kultur sind, werden wir zudem nach dem Vorbild der Hochschulbau-Offensive Heureka eine neue Kulturbau-Offensive Herkules starten. Dafür werden wir in den kommenden zehn Jahren zusätzlich 150 Millionen € zur Verfügung stellen. Denn die Sicherung des kulturellen Erbes für unsere Kinder und Enkelkinder bedeutet eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft. Deshalb ist uns das wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in noch viel größerem Ausmaß gilt dieses Denken an die nachfolgenden Generationen bei der Bewahrung unserer Schöpfung. Sauberes Wasser, reine Luft und gesunde Böden sind die Grundlagen unseres Lebens und Voraussetzungen für die hohe Lebensqualität in unserem Land. Diesem Ziel dient die erfolgreiche hessische Nachhaltigkeitsstrategie, die wir deshalb konsequent weiterentwickeln werden. Insbesondere die globale Erwärmung und der Klimawandel sind Entwicklungen, von denen keiner die Augen verschließen kann. Sie sind Realität und keine Fake News. Wir werden deshalb engagiert daran arbeiten, unsere Klimaschutzziele entsprechend dem hessischen Klimaschutzplan 2025 weiterzuverfolgen. Wir wollen sie fortentwickeln. Dabei wollen wir bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 55 % im Vergleich zu 1990 setzen. Wir setzen dabei vor allem auf Information und Anreize für Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft. Zu diesem Verständnis gehört auch eine ganzheitliche Energiepolitik, die nicht nur den Strom, sondern ebenso Wärme und Verkehr einbezieht. Wir werden unsere engagierte Energiepolitik fortsetzen, unter anderem mit einem neuen Photovoltaikprogramm sowie einem neuen Schwerpunkt bei der Energieeffizienz und Einsparung. Bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden wollen wir deutlich schneller werden und die Rate bis 2025 auf 27.000 Gebäude pro Jahr verdoppeln. Das ist anspruchsvoll, aber wir sind zuversichtlich, dass das gelingen kann. Das wollen wir insbesondere erreichen durch Energieberatung von Bürgerinnen und Bürgern sowie kleiner und mittlerer Unternehmen, indem wir das verstärken und sie insbesondere über vorhandene Fördermöglichkeiten besser informieren. Meine Damen und Herren, für die Nachhaltigkeit, ein gutes Leben und den Erhalt unserer Kulturlandschaft hat auch unsere Landwirtschaft eine unschätzbare Bedeutung. Herr Ministerpräsident, ich erinnere an die vereinbarte Redezeit der Fraktionen. Gesunde, regional erzeugte Lebensmittel gehören für die allermeisten Menschen in Hessen zur Lebensqualität. Die mittelständische, familienbetriebene bäuerliche Landwirtschaft verdient dabei unsere besondere Wertschätzung und Unterstützung. Deshalb wollen wir den Berufsstand stärken und zur gesellschaftlichen Akzeptanz und Anerkennung der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern beitragen. Der Zukunftspakt hessische Landwirtschaft bleibt auch in den nächsten Jahren die wesentliche Säule unserer Agrarpolitik. Wir wollen weiterhin einen fairen Ausgleich zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft ermöglichen. Unabhängig davon, ob ein Betrieb sich ökologisch oder konventionell ausrichtet, wird es weiterhin eine gezielte Förderung und Angebote für eine nachhaltige Landwirtschaft geben. Wir wollen den Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen auf 25 % erhöhen. Meine Damen und Herren, schon jetzt hat Hessen einen Spitzenplatz im ökologischen Landbau erreicht. Auch der Natur- und Artenschutz ist ein zentraler Bestandteil unseres Leitbildes zur Bewahrung unserer Schöpfung. Die hessische Biodiversitätsstrategie ist dafür eine bewährte Grundlage. Diese Strategie wollen wir fortentwickeln, um den Rückgang bedrohter Arten zu stoppen und die Lebensräume für Tier- und Pflanzenwelt insgesamt zu schützen. Auch die bestehenden Naturschutzgroßprojekte werden wir weiter vorantreiben und die Einwerbung europäischer Fördermittel verstärken. Besonders wertvolle Naturwälder wollen wir für die nachfolgenden Generationen dauerhaft rechtlich sichern. Den Nationalpark Kellerwald-Edersee als Beispiel wollen wir im Einvernehmen mit der Region um die Nordhänge des Edersees erweitern. Die touristische Nutzung dieser Flächen wollen wir umfassend sicherstellen und die Nutzungsfläche des Edersees, der Wasserfläche, aber nicht einschränken. Denn eines bleibt uneingeschränkt unsere Maxime. Ich nenne es als Beispiel. Politische Maßnahmen zum Schutz unserer Natur und zur Reduktion von Treibhausgasemissionen müssen immer verhältnismäßig sein und einen Dreiklang erfüllen, den Dreiklang aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Belange. Sie sind gleichrangig zu berücksichtigen. Das gilt natürlich auch und gerade in der Verkehrspolitik. Einerseits hat sie eine besondere Rolle bei der Klimaschutzpolitik, andererseits ist sie für die Sicherung der Mobilität der Menschen und der Güter essentiell für unsere wirtschaftliche Dynamik und unsere individuelle Freiheit. Wir beachten beides, eine engagierte Klimaschutzpolitik und eine intensive Verkehrspolitik. Deshalb ist noch nie so viel Geld in Busse, Bahnen, Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen geflossen wie in den Jahren seit 2014. Diesen Weg setzen wir konsequent fort. Wir wollen die Mobilität für jeden Einzelnen einfacher und umweltschonender machen. Aber wir wollen die verschiedenen Verkehrsarten nicht gegeneinander ausspielen. Deshalb steigern wir das Tempo beim Ausbau unserer Verkehrswege und erhöhen insbesondere die Mittel und Planungskapazitäten für den Landesstraßen- und Drahtwegebau. In diesem Hause wird oft über die Landesstraßen und die entsprechenden Mittel diskutiert. Wir haben die Absicht, bis zum Ende dieser Legislaturperiode die Mittel für die Landesstraßen auf 170 Millionen € anzuheben. Gleichzeitig verfolgen wir konsequent die Ertüchtigung der Autobahnkreuze, die Sanierung der Brückenbauwerke und werden die Autobahnprojekte wie die A 44 und die A 49 sowie den Riederwaldtunnel fertigstellen. Die Mittel für den Straßenbau in Hessen sind auf einem historischen Höchststand, und daran wollen wir festhalten. Meine Damen und Herren, jeder zusätzliche Meter Gleis entlastet auch den Straßenverkehr. Die Neu- und Ausbauprojekte Rhein-Main, Rhein-Neckar oder Hanau-Fulda sowie die Nahverkehrsprojekte wie die Nordmainische S-Bahn und die Regionaltangente West werden wir entschieden vorantreiben. Meine Damen und Herren, nach dem großen Erfolg des Schülertickets wollen wir die Ausdehnung des Flatrate-Prinzips auf weitere Bevölkerungsgruppen. Der nächste Schritt ist das Seniorenticket und ein Hessenticket für Ehrenamtliche. Langfristige Vision ist ein kostengünstiges Bürgerticket. Deshalb begrüßen wir sehr die Initiative zur Einführung eines Kommunaltickets für Beschäftigte der Kommunen und werben bei der Wirtschaft für entsprechende Jobtickets. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesen Leitbindern und den vielen konkreten Projekten und Maßnahmen habe ich Ihnen aufgezeigt, wie wir unser Bundesland in eine gute Zukunft führen wollen. Wer etwas vermisst haben mag, den lade ich herzlich ein, unseren 193 Seiten starken Koalitionsvertrag aufmerksam zu lesen. Das will und kann kein unveränderlicher Masterplan sein. Denn angesichts der raschen Veränderungsprozesse werden auch neue, heute noch gar nicht absehbare Herausforderungen auf uns zukommen. Deshalb ist dieses Programm gleichzeitig Weg- und Zielbeschreibung. Das wollen wir mit Vernunft, mit Augenmaß und klaren Werten verfolgen. Wir wollen den offenen Dialog, das Ringen um tragfähige und zukunftsweisende Lösungen mit Argumenten und gegenseitigem Respekt, Respekt vor den Grundüberzeugungen und auch den Leistungen der anderen. Monokausale Erklärungsmuster oder gar ideologische Welterklärungen bringen uns genauso wenig weiter wie der Appell an diffuse Ängste. Lassen Sie uns über eine Politik streiten, die sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientiert, unaufgeregt und sachorientiert, mit klarem Blick für die Umsetzung, aber auch für die konkrete Wirkung für die Menschen in unserem Land. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so formuliert. Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben für das Leben die richtige Haltung. Das ist unsere Maxime. Wir wollen mit Vernunft und Leidenschaft für die eigenen Überzeugungen und Werte eintreten und diese ohne glühenden Eifer oder gar Herabwürdigung anders denkender umsetzen. Meine Damen und Herren, deshalb dürfen wir uns auf die Aufgaben der nächsten fünf Jahre freuen. Demokratie braucht heute keine großen Helden mehr, aber engagierte Demokraten. Wir können die Zukunft unserer freiheitlichen Ordnungen und den Zusammenhalt der Gesellschaft nicht alleine sichern. Die Gesellschaft sind wir alle. Wir alle haben es in der Hand, wie wir miteinander umgehen und in welcher Gesellschaft wir heute und morgen leben wollen. Deshalb laden wir alle hier im Parlament und jenen in unserem Land dazu ein, an der Gestaltung unserer Zukunft in einem lebendigen und lebenswerten demokratischen Gemeinwesen mitzuwirken. Unsere Vorstellungen dazu habe ich beschrieben. Erreichen können wir das nur gemeinsam mit Zuversicht und Mut, nicht mit Übermut. Mit dieser Zuversicht und diesem Mut, aber auch mit der Demut vor der Aufgabe, nehmen wir unsere Aufgabe für die kommende Legislaturperiode auf. Wir tun dies, damit Hessen auch in Zukunft stark, sicher und lebenswert bleibt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN